Hallo, Schönling! Och ne, oder? Du stirbst Blut! Komm her! Versteck mich nicht die ganze Zeit! Vielleicht ist er tot! Komm her! Scheiße! Nice! Ich hab wieder die Darkness, cool! Bring Victor zur Strecke! Äh, Victor zur Strecke! Das machen wir schnell! Okay! 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 Erstmal Talente! Mhm! Nehmen wir das Demo und Schild! Das hört sich doch eigentlich gut an! Was ist das hier? Oh! Oh! Das ist cool! Schwarzloch! Ups! Ich tue es für sie! Nicht für dich! Scheiße! Ja! 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 Ich bin's! Ja! Ich bin's! Ich bin's! Hier sind ganz schön große Frame Einbrüche! Genau! Ja! Warum? Nice Jetzt stirbt doch mal So, nice Schrift für die Bomben unbedingt Pfff, ja Wo geht's lang? Da, denk ich mal Ich schaue hier drüben nach Da drüben! Na komm Boah Vielleicht ich auch Meine Fris, ey Es ist so kalt Den Schmerz, Jackie Ich seh' meinen Kassel Zeig dich, wild Ich seh' dich Macht sein Gesicht Oh 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 Komm, stürb jetzt Danke Danke Sooo Da ist unser Bärchen Sooo Da ist unser Bärchen Hier Hier Sein kleiner Helfer ist eingetroffen Komm mit Nein Scheiße Oh Nice Jackie Ich komme Du Bastard Ja Ja Ich weiß nicht, dass du hier bist Ich weiß nicht, dass du hier bist Noch mal ein paar Talente gucken Puh 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 Ähm Oah Ne, noch richtig einsetzen Sooo Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal mal das Das wird's eigentlich auch egal Jetzt kommen ja noch die letzten Minuten und dann Geht mal das Okay Egal Die rennen einfach mal raus Wenn's richtig ist Jein Ach das ist unser Vater Willkommen daheim Jackie Dein Vater war besessen von der Finsternis Er hat dieses Haus auf heiligem Boden der Finsternis gebaut und mit Reliquien der Finsternis gefüllt Er hat mit Sachen herumgespielt, die er nicht verstanden hat Was redest du da für einen Scheiß Er Er hat dir nie davon erzählt, oder? Nein Er wurde wahnsinnig, bevor du alt genug warst, um es zu verstehen Er hat sich vor vielen Jahren an uns gewandt Er hatte vom Gral gehört und wollte ihn um jeden Preis finden Dein Vater wollte ein Heilmittel gegen die Finsternis Er wollte ein Heilmittel für seinen kleinen Jungen Ist das nicht süß? Leck mich Schön Er hat uns die Finsternis versprochen, wenn wir den Gral finden würden, Jackie Es hat fast zwei Jahrzehnte gedauert Doch wir haben den Gral gefunden Jetzt treiben wir seine Schulden ein Wir haben die Finsternis Die Welt wird brennen und vor ihrem wahren Gott knien Lol Jetzt gibt's wieder Baller Na komm her Na komm her Alter, danke So 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 Ist runter So Das runter Jetzt runter Nice. Der Grah wird die Finsternis binden. Tötet das Schuss, den er in der Wunderland hat. Er stirbt. Ich sehe Jackie. Ich sehe Jackie. Achso, wirklich. Du ein Finsternis, entschände deine leichten Ebenen. Da ist nun wieder unser Kala-Kala-Schnürf. So. Noch welche? Da rum. Deck vom Loch. So. So, da kommen noch welche. Okay. Oh, da. So, jetzt sind wir eigentlich mal draußen Folge Victor Okay, ich trappe hier hoch Ah, jetzt kommt wieder der Faller hier Ihr sollt sterben Ich komme von allen Seiten hier Keine Ahnung Ich auch bin ich, komm hier, es stirbt jetzt Okay Ich komme doch Nein, das kommst du nicht Aber das machst du nicht Nee Wo sollst du nicht sterben? Zack Hat der Befehl hier noch? Komm, wie die alle durcheinander reden Danke Alter Alter, komm jetzt Lauf Alter 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 Shouldn't du nicht gib Mmh.